Ich habe hier einen Hammerwerfer und der dreht es. Das ist kein Hammer, sondern so eine Kugel am Seil. Der Hammerwerfer hat 100 Kilogramm Masse, die Kugel 7,25 Kilogramm. Und das einmal rundum, soll 0,5 Sekunden sein und ich habe so einen Abstand. Nehme mal die Farbe. Das ist noch gegeben. 1,8 Meter. 1,8 Meter. Gut, und jetzt ist die Frage der Rotation. Also der Radius von der Kugel. R, Kugel ist gleich Frage und dann V, Kugel, K soll das sein. R, Kugel ist gleich Frage. Und zwar, das Besondere ist hier, dass sich beide bewegen. Die Kugel bewegt sich und der Hammerwerfer bewegen sich unter einem gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, der Hammerwerfer macht nur einen kleinen Kreis und die Kugel macht einen großen Kreis. Oh, hier so die Kugel. So, großen Kreis. Und damit ist 1,8 Meter nicht der Radius von der ganzen Geschichte. Also der ist hier, 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 sondern das ist was Kleineres. Das ist hier R, Kugel. Okay, und jetzt ein bisschen aufräumen. Wieder ein bisschen so sauber machen. Und genauer anschauen. Also das bewegt sich jetzt alles um einen gemeinsamen Schwerpunkt. So. Wenn die, wenn das die Masse 1 ist und das ist die Masse 2 und ich habe hier den gemeinsamen Schwerpunkt, dann nenne ich das mal A2 und das nenne ich A1. Die 1,8 Meter bleiben. Ja, also A1 plus A2 ist 1,8 Meter. Und jetzt habe ich die Formel der Wippe. Also egal, ob ich einen Hammerwerfer habe oder eine Wippe habe, das ist immer das Gleiche. Hier gilt, wenn der Vater schwerer ist als das Kind, muss er näher ran. Also M1, A1 ist M2, A2. So Schwerpunkt. Also wenn die Masse groß ist, muss A klein sein. Und wenn die Masse klein ist, muss A groß sein. Und diese Info stecken wir. Und die gilt hier genauso. Und die gilt auch bei Doppelsternen und so weiter. Das ist ganz, ganz allgemein. Die stecken wir jetzt rein. M1, A1 ist M2, A2. Also zwei unbekannte, zwei Gleichungen auflösen, einsetzen. Ein bisschen aufräumen, Platz schaffen, los geht's. Hier oben auflösen zum Beispiel nach A1. A1 ist 1,8 Meter minus A2. Klammer setzen. Einsetzen, hier für A1 rechnen. M1, Klammer auf, 1,8 Meter minus A2 ist M2, A2. Bisschen viel Arbeit, aber es geht schon. Jetzt Klammer auflösen. M1 mal 1,8 Meter minus M1 mal A2 ist M2, A2. Alle A's, die ich suche auf eine Seite, ich nehme mal die rechte Seite mit plus M1, A2, also M1 mal 1,8 Meter gleich M1, A2 plus M2, A2. So, Preisfrage, wie kriegen wir die hier raus? Antwort, ausklammern. M1 mal 1,8 Meter gleich A2, Klammer auf M1 plus M2. Gut, jetzt müssen wir dieses A2 befreien und das funktioniert, da ist mein A2, das funktioniert, indem ich durch die ganze Klammer dividiere. Und dann tausche ich es noch auf die andere Seite, A2 ist gleich 1,8 Meter mal M1 durch M1 plus M2. Ich könnte 1,8 auch oben hinschreiben, Zähler, das ist egal. Und jetzt einsetzen, so, was hatten wir? Die Masse, genau, das waren 100 Kilo und die Summe waren 107,25 Kilogramm. Genau, kurze Pause. So, ich habe es getippt. Ist 16 Fehler. Jetzt habe ich es, ähm, nicht 16, sondern 1,678 Meter, also Runden. A ist ungefähr, ja, 1,7 Meter. Die Summe war ja 1,8, also das ist hier A2. Ja, und damit ist A1 ungefähr 0,1 Meter. Der bewegt sich, ja, da ist grobes Runden sehr wichtig. Aber jetzt noch hier so, das müssen wir nochmal hinschreiben. Also hier, 1,7 Meter, 0,1 Meter, ja, von dem. Gut. Und die nächste Frage war, jetzt kann ich hier mit, jetzt kann ich die Geschwindigkeit zum Beispiel ausrechnen. Also, V Kugel ist S durch T ist 2 Pi R durch Groß T. Also, weil sie ein Kreisband ist, die Kugel macht also einen Kreis. Und der Radius ist mein A2. Ja, also hier setze ich ein A2 für die Kugel und T, das ist die Zeit, dann bekomme ich die Kugel. Und bei der Kraft, wenn die Zentrifugalkraft gegeben, gesucht ist, Fz ist MV Quadrat durch R. Also, V ist diese Geschwindigkeit mit S durch T und R ist in dem Fall natürlich mein A2. Und bei, genau.